Was hör ich? Du, meine Tochter, könntest einen Mann lieben, der mit einem Todfeinde verbunden ist? Siehst du diesen Stahl? Er ist für Sarasso geschliffen. Du wirst ihn töten und den mächtigen Sonnenkreis mir überliefern. Kein Wort! Du wirst ihn töten und den Mann lieben, der mit einem Tod. Du wirst ihn töten und den Mann lieben, der mit einem Tod. Du wirst ihn töten und den Mann lieben, der mit einem Tod. Du wirst ihn töten und den Mann lieben, der mit einem Tod. Du wirst ihn töten und den Mann lieben, der mit einem Tod. Du wirst ihn töten und den Mann lieben, der mit einem Tod. Du wirst ihn töten und den Mann lieben, der mit einem Tod. Du wirst ihn töten und den Mann lieben, der mit einem Tod. Du wirst ihn töten und den Mann lieben, der mit einem Tod. Du wirst ihn töten und den Mann lieben, der mit einem Tod. Du wirst ihn töten und den Mann lieben, der mit einem Tod. Du wirst ihn töten und den Mann lieben, der mit einem Tod. Du wirst ihn töten und den Mann lieben, der mit einem Tod. Vielen Dank.